Ja hallo, liebe Bulli-Abenteuer, liebe Rennon-Freunde, ich bin Peter Gepphardt, ihr habt mich vielleicht schon mal irgendwo unterwegs in Deutschland gesehen auf einer meiner Veranstaltungen. Hier starten wir unser neues Projekt an der Nordecke von Deutschland, wir sind hier gerade in Dänemark und zwar hier an den Ochseninseln, super cooles Wetter, ich will euch das gerade mal zeigen, wo wir hier unser neues Projekt starten. Da ganz oben und von hier aus starten wir in den nächsten Monaten einmal rundherum, erstmal mit Steffi, die ist hinter der Kamera, seht ihr auch noch und dann sind wir hier unten im Osten mit Tobi und dann geht es viele Monate hier weiter und im nächsten Jahr irgendwann wieder hier oben. Hier starten wir, also bleibt dran, bis bald, tschüss.